Oh weia. Ihr kriegt jetzt gleich eine Goose Goose Duck Folge, ne? Aber langsam Langsam läuft euch die Zeit davon. Hier kommen gerade die letzten Videos Goose Goose Duck und Among Us auf dem Kanal. Danach müsst ihr auf Pinker & Post herrüber. Dafür kommen hier bald Vlogs. Und die werden geil. Abonniert alle drei Kanäle. Seid Legenden. Viel Spaß beim Video. Tschüss. Oh. Let's, warum verfolgen sie mich? Weil du der zweite Dodo bist. Und wenn wir immer zusammen rumlaufen kriegst du den Win nicht. Warum? Was? Oder nicht? Doch. Ich glaube du vertust dich da. Achso. Dann gehe ich dir einen anderen Weg lang. Ja. Hallo. Hallo. Muss dich beeilen. Oh, Knecht gespielt. Komm mal. Ach man. Kannst du Kannst du da oben hingehen bitte nach oben, nach oben, nach oben, nach oben an die Task? In dem Raum, wo du gerade bist, nach oben jetzt. Noch weiter. Perfekt. Scheiße, ich kann die Task nicht machen. Mist. Scheiße. Das da ist der Dodo. Der muss weg, aber ich muss raus. Ich rege mir meinen Bauch. Kannst du den auch mal essen? Weil der macht die Task. Warte, warte mal. Dann können wir rauskommen. Warte, warte. Lass mich die Task nicht machen, sonst habt ihr einen Fehler nachher. Gibi, bist du Dodo? Nein, aber jetzt kann ich... Achso, ich dachte... Ich dachte... Schön, Susi, nicht gemein. Äh, fein. Ich hab mir ein Eischen gefunden. Und wo? Ähm, unter dem Kartentisch. Und wer war's? Maro. Ein gutes Meeting. Also, nein, ich werde ihn umgebracht haben. Ach man... Ich wusste nicht, dass... Also, die sterben ja so... Es wäre viel cooler, wenn die Leute immer die ganze Zeit im Bauch bleiben würden. Nefi müsste da aber auch irgendwo in der Nähe liegen. Weil ich hab den gerade noch hochlaufen sehen. Kurz vorher. Ich kann jetzt gar nicht mehr mit denen reden. Na, hat jemand Dalu gesehen die Runde über? Hä, Maxi kam... Ähm, Maro kam mir gerade noch entgegen. Der ist runtergelaufen. Dalu war unten unterwegs. Der ist rund... Der ist den Gang runtergelaufen. Also, ist Holla Pelikan und hat Maro gefressen, der Kanadier war. Ne. Ich hab Maro gerade... Ne, der Identity Thief musste gecrossst sein, Franz. Ich wollte gerade sagen, das kann der Identity Thief gewesen sein. Holla, du bist ja gerade an mir vorbeigegangen, oder? Weißt du das, links? Sammy, mit wem hast du da in der Bibliothek eigentlich gerade geredet? Also, ich bin... Julie hat mich gerade reingehen sehen, zu dem Kartentisch. Julie ist oben langgelaufen im Gang. Aber Sammy versucht es zu ignorieren. Nein, nein, nein. Ich wollte bloß nicht unterbrechen. Ich bin nicht unfreundlich. Äh, ich hab mit Holla geredet. Hab ihre Augen bewundert. Ah. Ja. Ah, okay. Dann hab ich Holla einfach nicht gesehen. Und dann bin ich vor, die ist vom Kartentisch. Vivi ist noch an uns vorbeigelaufen in dem Moment. Okay, dann war es vielleicht Items, der mit irgendjemand geredet hat. Und ich hab nie mit Herrn Zweifel... Oh, ich hab mit Lidl geredet. Ja, die Stimmen sind auch zu verwechselnd. Wir haben miteinander geredet. Jetzt weiß ich ein bisschen Schwäbisch bei uns im Fleck. Schwätzt mir das halt. Der Hechtgepfleck ist Gewicke, Wicke. Genau. Was? Das ist mir irre, Brüder. Das weiß ich auch nicht. Das klang jetzt gerade von Items. Wir wollen gewordet werden, glaube ich. Ich glaube, du bist der Pelikan und gemein. Nein, ich bin nicht gemein. Jetzt willst du gewordet werden. Nein, ich bin nicht. Ich hab heute schon Dodo-Win gemacht. Ja. Ja, sie ist erreicht. Ja, dann hab ich's in meiner Imposter-Runde verloren. Ich glaub, du hast gerade Roller rausgeguckt, glaube ich. Nein. Knapp daneben. Was? Ja, Roller rausgeguckt. Du bist nur ein oder ich hätte ja keine Gründer angebraucht, ne? Wär nie jemanden Roller gewordet. Ja, wieso auch? Weil du Sus bist. Ja, weil, ich wollte gerade sagen, weil normalerweise... Mann, das ist ja so scheiße. Oh, oh mein Gott. Hallo. Hallo, ich. Hallo, ich. Ja, das ist wirklich sehr verwirrt. Ich will mir das auch wirklich aussehen. Weißt du, wer Imposter ist? Ich habe eine Idee. Ja, kannst du mal, wenn du die umstellen kannst du... Ist das deine Idee hier? Das ist meine Idee. Ah. Ja, dann... Das ist keine gute Idee. Deswegen gehe ich jetzt weg von dieser Idee. Ja. Ist aber auch nicht so schlau, ne? Oh. Ah. Komm mal rein in meinen Bauch. Der ist sehr kuschelig. Ja, ich habe nämlich Dalu und Gibni schon gefressen und mit denen geredet. Aber die verdaut man ja so schnell. Und ich dachte, dass es voll die gute Idee war. Dann kann ich mit den beiden einfach die ganze Runde lang labern. Also halt dich und Franzi fern. Moment, Moment, Moment. Moment mal. Moment. Wenn du leben willst. Ich habe items gefunden. Oh nein, der war doch gerade noch neben mir. Ja. Keine Ahnung. Er hat sich ihn einfach liegen gelassen. Nee, ich war am Kartentisch. Sag. Wer von euch war das? Wo lag er denn? In dem Gang, mir ist gerade jemand von oben nach unten entgegengekommen. Ja, das war ich. Ah, Flask, genau. Ja. Ja, Holla hat items umgebracht und ich bin aus items großem Bäuchlein rausgefallen. Das ist nicht richtig. Items war Techniker. Das ist unwahr, Flask. Aber Julis Techniker. Items war nicht Pelikan. Nee, Julis auch nicht Techniker. Doch. Okay, dann sind Flask und Juli böse. Nice. Das habe ich gleich gesagt am Anfang, dass ich Techniker bin. Maxi, du vertraust mir, oder? Äh, ja. Okay. Juli ist nicht Techniker. Und Flask hat mich gerade gesehen, als ich die Leise reportet habe. Das ist richtig. Aber Flask, wieso behauptest du, dass ich Pelikan wäre? Nee, dass er Pelikan wäre? Das ist nicht wahr. Genau nicht. Aha. Ist das, ist das Gentleman's Agreement, dass wenn der Pelikan, also dass jemand, wenn jemand einem, einen aus dem Bauch von Pelikan rettet, dass man nichts sagt? Nee. Kommt doch an. Kannst du machen, wenn du hier neben jemandem dran bist. Das war nicht Holla. Ja, siehste. Okay. Ich steche auch nicht. Auflässt bist du böse? Du bist böse, oder? Weil du das einfach so behauptest. Hm, ja. Aber ich weiß, dass Franzi böse ist, tatsächlich. Das ist immer das Problem. Was? Aha. Ja. Ja, Franzi ist immer böse. Weil hier voll Diskussion ist, was soll ich sagen? Juli, was ist denn, oder? Ich hab Pol am Anfang gesehen, aber jetzt gerade nicht. Ich bin Techniker, wie immer. Okay, ich wohnen, Juli. Das ist nämlich Uber. Aber warum? Ich bin doch U. Ja, weil du lügst. Vielleicht kannst du auch bestätigt. Nee. Was? Nein, Juli. Du lügst. Ich hab dich reingeritten in die Scheiße. Nee, Juli ist nicht Dodo. Also doch, das kann sein. Safe. Bei den Boots? Dodo kann. Ich sag mal, heute ist auch... Au. Heute ist Dodo-Schein. Wie kann denn der Dodo immer gehen? Man kennt's den Dodo-Tag. Ey, Blesk, danke, weil du das gesagt hast. Ja, ich hab voll nicht so... Ich dachte, ich fress jetzt Zalo und Gipi, und dann können die mir einfach helfen, um den Mund zu... Und dann sind die nach dem ersten Minute sofort tot. Hab ich gar nicht daran gedacht. Ich wollte hier einfach zwei Berater in meinem Bauch haben, wisst ihr? Aber die sind ja dann einfach weg. Leute, ich wünsche euch... Hast einfach runtergekommen. Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. 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 Bye. Tschüss. Ah, das sind wir durchs. Bis zum nächsten Mal.